Hallo, ich bin der Wari und das ist die Horstoo Wildkamera. Nach fast zwei Monaten sammle ich mal die Aufnahmen ein und stelle gerade fest, dass sie ein bisschen ungünstig hängt. Ich werde die noch mal ein bisschen umhängen, da an dem, dass die ein bisschen weiter drin ist, weil hier vorne wächst langsam alles zu mit Schilf und der Baum hier ist auch ziemlich schräg, da hängt die ein bisschen ungünstig. Aber die Aufnahmen, die die Horstoo gemacht hat, die zeige ich euch jetzt. Alles andere, was dann kommt, ist in einem späteren Video und dann gibt es Aufnahmen von da vorne. Ich hoffe, dass ich hier mal ein paar Wasservögel draufkriege oder so. Oh, da ein Fisch, der an Land geht. Oh, da ein Fisch. Oh, ja, da ein Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020